eine runde machen wir noch so haben wir noch eine auf schwer ach du scheiße ich will 40 dabei in den das wird nix 123 allerdings gemacht okay der passwort jetzt ring gemacht die brücke schwer das kann ja was wären schön wie man gleich reingeworfen wird arzt also 21 arzt okay wir machen es noch mal alleine die brücke auf einfache gucken charakterauswahl genau da hatten wir den schützen dimitri der hat auch den schützen gab den dimitri sehen wir hatten alle scharfschützer und das ist ja praktischer schützen die wer schießt durch ich habe jetzt schon tausend zombie gesürtet krass so flammenwerfer kann ich noch nicht kaufen machen erstmal upgrade die pistole weiter geht's ach ein schuss ein treffer habt ihr das gesehen das war doch grandios ich spare lieber moment brauche ich eigentlich noch gar nichts oder kann ich die schnaufrüsten ne 5000 ok gut weiter bis bald bis bald raus bis bald bis bald reicht immer noch nicht so ein automatisches geschützt um möchte ich gern haben ob der kommt gut kann ich schon flambe verkaufen gut dann mal enter jetzt also bis runde 10 muss ich ja schon willkommen ich glaube jetzt kommt der boss oder reicht immer noch nicht ich weiß gar nicht mehr verkaufen ein flammwerfer oder mache ich lieber die waffe kauf mir lieber den flammwerfer ach du scheiße der hat noch nicht mehr genug schuss das ist jetzt schon alle 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 nicht munition okay gut das ist auch gut wenn er nicht munition hat schön da konnte ich jetzt diese elektrische waschendraht zauern kommt dann dahin was kostet ein upgrade 70.000 ach du scheiße okay der blöde wolf hier wie viele hunde alter was kommt kein boss Ah, toll. Ein bisschen Buggy. Zack. Das ist ja lustig. So, reparieren, reparieren. Was kostet das alles? Tausend. Naja. Okay. Weiter geht's. Aua. Scheiß Loch eingesprengt. Oh, aber die sind cool. Kann ich mir natürlich wieder keins leisten, ne? Ist das ärgerlich. So, machen wir das so. Genau, so passt das. Upgrade. Wir kaufen uns mal so eine Weste. Sniper kann ich noch nicht. Okay. Ah, der Flammeifer ist eigentlich cool, muss ich sagen. Okay, weiter geht's. 48 Zombies. Geht gut, geht eigentlich ganz gut. Ah. Alle reparieren. Zack. Lauf gut. Zack. Also bis Level 10 kommen wir direkt. Das habe ich schon gesagt. Haha. Das läuft gut. Zack. Ah. Okay, genau. Jetzt machen wir hier wieder zu. Zack. Super. So, und dann kommt, wenn die Reihe voll ist, kommt dann nochmal so eine Barriere. Was lustig ist, die können natürlich auch von hinten kommen, ne? Können. Wenn ich die Arschkarte habe, dann kommen sie auch von hinten. Ich weiß nicht. Genau. Schön, nächster. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Kommen sie von hinten, das war so klar. Was für Geräusche macht, ey, so lustig. Das steht, glaube ich, nochmal auf. Dadurch wird er jetzt auch schneller. Aber, glaube ich, nicht mehr so viel Leben. Ich sage doch, bis zu Runde 10. Es ist echt krass. Okay. Ich habe mir gedacht, ich kam gerade einfach nicht mehr weg. Okay. Cool. Aber es dauert echt mit Leveln. Es dauert schon. Aber so, für den ersten Eindruck, gar nicht so schlecht. Macht Spaß auf jeden Fall. Die Idee dahinter ist nicht schlecht. Macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und ich denke, damit war es auch erstmal. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es echt wenige Europa-Server gibt. Also es sind echt wenig Spieler aus Europa da. Und dementsprechend hast du halt auch eine andere Lizenz, äh, Lizenz, äh, Latenz. Weil die Asien- und Australien-Server sind echt hohe Ping. Und die meisten haben auch Schloss dahinter. Also es könnte ruhig mal ein paar mehr Spieler vertragen, das ganze Ding hier. Schwer. Vielleicht ist es auch die falsche Zeit, jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht wird es nach Silvester ein bisschen mehr. Wir werden sehen. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, Ultimate Zombie Defense auf Steam Wishlisten. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Untertitelung des ZDF, 2020